Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich möchte eigentlich nur noch sagen, oder in diesem Video nur noch sagen, dass ich ein paar Fragen an euch habe. Und zwar ist die erste Frage, weil ein paar Kommentare gefragt haben, was denn für eine andere Upload-Zeit möglich wäre. Deswegen will ich euch mal fragen, was für euch eine gute Upload-Zeit wäre, dass man die Videos auch in der Abo-Box bekommt. Dass man nicht immer nur auf den Kanal gehen muss und dann Videos guckt, sondern auch aus der Abo-Box heraus. Ja, deswegen wollte ich mal fragen, was für euch eine gute Upload-Zeit wäre. Ich lade hier jetzt immer einen Tag vorher hoch und lasse sie dann am nächsten Tag um 9 Uhr freischalten. Und ja, das ist eigentlich eine gute Sache für mich. Aber ihr könnt mir bitte in die Kommentare schreiben, was für euch eine gute Upload-Zeit wäre, damit ich mich da auch an euch halten kann. Außerdem würde es mich gut interessieren, welche Spielmodi ihr demnächst sehen wollt, weil es gibt ja mittlerweile massiv neue Spielmodi. Ich glaube insgesamt in den letzten Monaten sind um die 30 neuen Minecraft-Spielmodi hinzugekommen. Deswegen schreibt mir einfach mal Server und Spielmodus in die Kommentare und dann werde ich mich da auch mal reinfuchsen und ein paar neue Spielmodi ausprobieren. Ab morgen kommen wieder normale Videos, deswegen entschuldige ich dieses kurze Video hier nochmal, aber die letzten Tage waren halt einfach nicht möglich, normale Videos zu machen. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, welche neue Upload-Zeit ihr vorschlagen würdet und welchen neuen Spielmodus ihr gerne sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, alles Nächste, alles Weitere erkläre ich dann im morgigen Video. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Und ciao!